Hey, herzlich willkommen an der LUH. Mein Name ist Lena und ich arbeite an der TIP. Die TUB ist die Technische Informationsbibliothek und eure Unibib. Eure Leibniz-Card ist nicht nur euer Studierendenausweis, sondern auch euer Bibliotheksausweis. Um die Leibniz-Card als Bibliotheksausweis nutzen zu können, müsst ihr euch zunächst über unsere Webseite registrieren. Wenn ihr über Leihfristen oder Bestellungen informiert werden wollt, gebt eure E-Mail-Adresse direkt mit an. Die Registrierung schließt ihr dann vor Ort an der Leihstelle ab. Das könnt ihr entweder hier am Standort Technik Naturwissenschaften machen oder bei uns am Standort Conti Campus mit über 1000 Arbeitsplätzen der größte TUB-Standort. Ihr könnt eure Leibniz-Card auch am Standort Sozialwissenschaften für die Nutzung aktivieren. In direkter Nachbarschaft findet ihr auch unseren vierten Standort Philosophie Geschichte. Und gegenüber von dem Standort Technat gibt es noch den Lesesaal Patente und Normen, der euch natürlich auch als Lernort offen steht. Wenn ihr gemeinsam arbeiten wollt, dann könnt ihr so Gruppenarbeitsräume hier im Conti Campus oder an den Standorten Technat und Sozialwissenschaften nutzen. Für die Recherche geht ihr auf unsere Webseite teb.de. Setzt ihr den Haken unter dem Suchfeld, dann erhaltet ihr ausschließlich Ergebnisse aus unseren Beständen. Setzt ihr den Haken nicht, erhaltet ihr mehr Treffer, aber nicht alle davon sind über die TIFF verfügbar. Lizenzierte Inhalte, wie dieses E-Book hier, könnt ihr aufrufen, solange ihr euch im Campus-Netzwerk eDrom befindet. Wollt ihr von zu Hause oder unterwegs auf unsere lizenzierten Angebote zugreifen, dann ist das nur mit dem VPN-Client der LOH möglich. Der VPN-Client simuliert, dass sich euer Gerät im Campus-Netzwerk befindet. Den Client könnt ihr euch über die Webseite des Lewis herunterladen. Läuft dieser, dann klappt auch der Fernzugriff auf unsere Angebote. Wenn ihr dann doch mehr Hilfe braucht, wie zum Beispiel beim Einrichten des VPN-Clients oder bei der Recherche, kommt zu uns an die Information. Wir helfen gerne weiter. Wir wünschen euch einen guten Start ins Semester und viel Erfolg im Studium und kommt gerne mal vorbei. Ciao!